Malzei, ihr Lieben, nach einer kleinen Pause, messebedingt, weil wir in Berlin waren, auf dem Köpenicker Whisky Fest, geht es heute weiter mit den Quick & Dirty Verkostungsvideos. Wir haben zur Abwechslung mal wieder einen Rye auf dem Tisch stehen. Die eine oder der andere wird die Flasche vielleicht schon anhand des Designs erkennen. Es ist der Heaven's Door Rye Whisky, den wir hier ausgesucht haben. Für das Design der Flaschen ist His Bobness verantwortlich. Bob Dylan ist auf der Rückseite des Front Labels auch mit einer Unterschrift verewigt. Ja, es ist Mode geworden, dass Musiker ihre eigenen Whiskys herausbringen oder bei Whisky Abfüllungen ihre Finger im Spiel haben. Kann man gut finden, muss man nicht, ganz klar. Aber spannend ist es allemal. Wir haben verschiedene Abfüllungen schon gehabt. Sei es von Gravedigger, gerade mit deutschem Whisky sehr bekannt. Sei es von Motorhead, von Rammstein gab es schon Spiritosen. ACDC hat schon Wein rausgebracht. Alles mögliche an Merchandise lässt sich auch unter den Wendnamen vermarkten. Hier jetzt in Zusammenarbeit mit Bob Dylan. Und ihr seht, die Flasche war schon geöffnet. Wir haben schon einmal kurz dran genickt und ja, was soll ich sagen. Deshalb stellen wir euch den vor. Ich persönlich bin beim Bourbon ja immer schwer zu überzeugen. Rye, weil oftmals mit Ecken und Kanten verbunden, gefällt mir da häufig besser. Und das Ding hier, ich fand es richtig klasse. Deshalb wollte ich euch den nicht vorenthalten. Richtig so sattgetreidige Noten. So eine leicht Spreuselkuchensüße oben drüber. Ein bisschen Frucht. Das brauchte Moment ist dann aber schon sehr interessant, sehr deutlich, wenn man es einmal so wahrgenommen hat. So ein leichtes Nuss-Nougat-Aroma. Nicht zu süß. Alkohol scheint auch überhaupt nicht präsent. Ein Wunder mit 43%. Ist das auch sehr, sehr gut verträglich. Ja, ich würde sagen, cheers. Den probieren wir mal. Der kommt ein bisschen ungestügen, ja. Wie gesagt, so dieses eckig-kantige. Der zeigt direkt, finde ich, er ist was Besonderes. Sehr sympathisch im ersten Auftreten. Eine schöne, würzige, kaninige Grundnote. Nicht übertrieben, aber prägnant. Darüber finde ich auch hier wieder die Streusel vom Kuchen. Nuss-Nougat auch. Nicht ganz so stark ausgeprägt wie in der Nase. Ist dadurch ein bisschen runder in sich, finde ich. Und das Ganze aber doch trotz der 43% mit so einem leichten Prickeln auf der Zunge, sehr angenehmen Prickeln. Also jetzt nicht zu scharf, zu beißend der Alkohol. Aber doch kernig halt, sag ich mal. Er wird von Schluck zu Schluck ein bisschen weicher. Klar, die Zunge gewöhnt sich an den Alkohol, an die Aromen. Das lässt ihn dann etwas milder erscheinen. Aber hinten so im Abgang merkt man es doch wieder. Prickelt es noch so ein kleines bisschen auf der Zunge, sobald der Whisky weg ist. Ein sehr schönes Erlebnis und auch im Aromenspektrum sehr, sehr angenehm. Ja, wie gesagt, der gefiel beim ersten Verkosten schon richtig gut. Gefällt mir auch jetzt wieder. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo auch ich schwach werde und mir den zu Hause hinstelle. Könnt ihr auch machen. Kostet 69,90 Euro die Flasche. Es wird in der nächsten Zeit noch Verkostungen der anderen Whiskys aus dieser Heaven Store Reihe geben. Da werden wir dann auch den Bourbon dabei haben. Aber den Rye, den hatten wir als erstes probiert. Wie gesagt, den fand ich sehr, sehr interessant. Und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr den kennt, hinterlasst uns gerne eine Anmerkung, wie er euch gefällt, in den Kommentaren. Und ansonsten probiert es halt aus. Vielen Dank, dass ihr bis hierher aufmerksam wart. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.